hey liebe leute das ist ein kleines update und ist heute auf der nintendo xms mod bin am samstag ursprünglich hieß es ja von 12 bis 16 uhr aber eigentlich das ist das ist jetzt um zwölf nachher setzen ein ich bin circa so ab 13 30 14 uhr so was um den dreh bin ich dort und bleibe was ein bis 15 16 uhr also nicht mal so extrem lang weil es da nicht so extrem viel zu sehen wie man es präsent ja bleibe die kraft lang und kommt erst zu den 13 uhr 13 30 weil dann vor ort auch noch was mittagessen werden ich aber nur eine info ich bin halt eben von 13 13 30 so was bis jetzt nur werden hier geht es bis 16 oder so was also dass wir uns sehen würden und ja bis die tage der leute